Warum sollte man das machen, anstatt zum Beispiel mehr Geld jetzt in Outbound, also in direkten Verkauf oder Display oder was weiß ich für Werbearten zu stecken? Also einerseits ist es natürlich so, was ich vorhin schon meinte, dass ich Möglichkeiten dem Kunden biete, sich mit einer Marke zu beschäftigen. Und umso länger er sich mit der Marke, Dienstleistung, dem Produkt beschäftigt, umso mehr hat er das Gefühl, er hat schon was investiert. Und dann ist er auch bereit, quasi den nächsten Schritt zu gehen und eher was zu kaufen, was er schon kennt, als was er nicht kennt. Der zweite Grund ist natürlich, es scheint meistens relativ teuer Content Marketing, weil ich ja nicht etwas habe, was direkt verkauft. Also wenn ich jetzt eine Anzeige im TV mache und sehe ich dann halt, okay, oder irgendeine Angebotswoche habe oder so und sehe, okay, das hat jetzt irgendwie direkt einen Umsatz gebracht. Es ist aber ein Medium, was halt, also wenn ich gerade in YouTube denke und ich mache da jetzt ein Video zum, mein perfektes Halloween-Make-up, sage ich jetzt mal, wird das jedes Jahr zu Halloween immer wieder interessant. Ich habe das einmal produziert und ich bin immer wieder bei demjenigen und nicht einmal kurz für eine Sekunde. Und ich habe die Möglichkeit, immer wieder auf mich aufmerksam zu machen und wieder Problemlöser zu sein. Oder wenn ich jetzt meinetwegen Ikea bin und möchte irgendwie Hilfestellung geben, was kann ich, erstmal, wie kann ich meine Möbel überhaupt aufbauen? Das würde, finde ich, oft schon mal helfen, wenn Ikea da mehr Content in dem Sparte machen würde. Das würde ich persönlich auch voll cool finden, weil manchmal, da ist man bei diesen Ikea-Anleitungen, also an sich sind die ja schon ziemlich idiotensicher, aber manchmal versteht man es einfach nicht ganz oder hat keine Lust, das genauso durchzugehen. Also ich gucke zum Beispiel auch eher Videos und baue das danach nach. Also im asiatischen Raum, also wenn du jetzt Produkte aus Asien bekommst, dann hast du ja oft gar keine Anleitung mehr, sondern nur noch einen Link zum YouTube-Video, was total ohne Sprache funktioniert. Und du genau sagst, hier, den Knopf drücken, das machen, das machen, dann hast du das und das, du bringst ans Fahrrad das an und so. Und da sind die auch oft weiter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Pujans Podcast, deiner Show rund ums Thema Videografie, Fotografie und Marketing. Mein heutiger Gast ist Thorwald Erbslöh und ja, er ist der CEO, der Geschäftsführer von Blue House. Das ist hier in Hannover eine Social-Media-Agentur, die auf Content-Marketing spezialisiert ist. Also super spannend, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich viel befasse und wo ich immer gerne Leute von überzeuge. Genau, stell dich doch erst mal kurz vor. Ja, du hast dich ja schon vorgestellt. Thorwald Erbslöh von der Agentur Blue House. Wir machen schon Content-Marketing, als es noch Web 2.0 hieß und nicht Social Media. Und beziehungsweise machen wir viel für Social Media. Content-Marketing ist ja nicht nur Social Media. Und unser Schwerpunkt ist so ein bisschen, wir versuchen so ein bisschen Storyteller im Content zu sein. Und das ist auch oft verbunden mit Bewegtbild. Also das wir machen zwar auch nicht Bewegtbild, aber ich sag mal 90 Prozent, was bei uns rausgeht, ist Bewegtbild. Ja, super, super spannend. Welche Plattformen bestpielt ihr da denn alles? Instagram natürlich, Facebook ist immer noch nicht tot. Zumindest für uns nicht YouTube ganz viel. Auch mal Webseiten mit Inhalten, also so Art Blogs. Oder jetzt neuerdings auch TikTok, wo wir uns immer mehr fokussieren drauf. Oder auch intern. Also es gibt ja auch ganz viel Content, der eigentlich innerhalb eines Konzerns bleibt. Ja, super, super spannend. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Was ist so dein Hintergrund? Ich jetzt persönlich oder Blue House? Ja, du persönlich. Ich persönlich wollte immer was mit Medien machen, habe dann in Lübeck studiert, in der Fachhochschule und zwar, wie hießen das, Informationstechnologie und Gestaltung international. Okay. Und das ist im Grunde alles, was man auf dem Bildschirm sehen kann. So von der Konzeption, Projektmanagement, Umsetzung von damals Webseite, Programmierung, Film, Video, Fotografie, alles lernt man da so ein bisschen, sage ich jetzt mal, um so einen Überblick zu bekommen und wie die Medien eigentlich ticken. Damals gab es noch nicht so, gab es so Facebook gerade ganz am Anfang und meine Diplomarbeit war auch schon ein Web 2.0 Thema und das ich bei Blue House machen durfte und mittlerweile, also Blue House gibt es schon länger als mich in der Branche sozusagen und ja und dann irgendwann habe ich bei Blue House angefangen und bin dann irgendwann auch Geschäftsführer geworden. Spannend, wie groß ist Blue House denn, dass man sich das vorstellen kann? Also wir sind 22 Leute und teilen uns jetzt aber so lange bald auf in so zwei Firmen, also einmal Blue House, die sich dann wirklich auf Content Marketing konzentrieren, weil ursprünglich kommen wir noch aus einem anderen, also wir waren mal eine Werbeagentur, die dann ja sich auf digital spezialisiert hat und durch das Digitale an Social Media geraten ist und durch Social Media an Video. Also wir haben eigentlich nicht so diese Videoproduktionsbrille auf, sondern eigentlich eher die jetzt Social Media Brille und auch so produzieren wir Videos, also wie sie halt im Social Media sein müssen und nicht andersrum. Ihr Videos macht und sie dort verteilt. Genau. Okay, gotcha. Und haben eigentlich genau dieses, was Mobile First ist bei uns als Social Media First sozusagen und ja und wollte ich eigentlich sagen genau und jetzt aber diese alten Teile, den wir auch mal gemacht haben, wir bauen Webseiten, Typo 3D, WordPress und so und auch diese ganze Beratung für den Mittelstand, das brauchte sozusagen seine eigene Unit, um das auch so wahrgenommen zu werden, weil wir wurden immer mehr als Content Marketing Agentur wahrgenommen. Das ist jetzt Abteilung Digital und Duhaus bleibt jetzt bei dem Content Marketing. Okay, spannend. Ja, okay, das, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Also das ist dann quasi, wir machen ja was ähnliches, aber haben dann genau den anderen Hintergrund, weil wir halt von der Videoproduktion kommen. Also super interessant, wie, ja, warum oder worin siehst du die Vorteile im Content Marketing im Vergleich zum reinen Paid Media und Performance Marketing Kanäle? Also es ist immer nur dann natürlich interessant, ich würde nicht sagen Content Marketing ist allgemein die Werbeform, die ich haben muss. Es gab ja ganz oft, ich war in den Anfängen von Facebook, wo jedes Unternehmen Facebook machen musste und jedes Unternehmen hat dann irgendwelche, hat quasi Zeitungen gespielt und Tipps gegeben, was ist gerade in Hannover los oder so. Und das hat sich, glaube ich, ziemlich bereinigt, aber immer, wenn ich was Spannendes zu erzählen habe zu meiner Dienstleistung, zu meinem Produkt oder wo es spannend ist, hinter die Kulissen zu gucken, wo ich die Möglichkeit habe, dass jemand lange Zeit mit meinen Produkten verbringt, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Das sind ja meistens auch Produkte, die jetzt nicht so diese Fast-Consumer-Güter, wo ich 50 Cent für einen Kauengummi habe oder so und ich habe jetzt diese, da beschäftige ich mich lange nicht mit dem Produkt, aber ich die Möglichkeit habe, da einzusetzen, so in der Customer Journey und Beschäftigung mit dem Produkt und ich da was zu erzählen habe, da macht Content Marketing dann eigentlich Sinn. Also auch vor allem bei höherpreisigen Produkten? Nicht unbedingt, aber wo es eine Beschäftigung ist. Also wenn ich zum Beispiel auch, sage ich mal, ich will meine Wohnung neu einrichten und brauche Ideen, wie ich mit auch vielleicht mit niedrigpreisigen Lampen oder so was anderes erzeugen kann, so irgendwelche Hacks oder was weiß ich oder wenn es um eine Entscheidung geht, welchen Lippenstift passt zu welchem Outfit, sind das Themen, wo Content Marketing dann eine Rolle spielt. Also immer mal eine Beschäftigung. Wo die Leute sich wirklich damit auseinandersetzen wollen. Okay, ja super spannend. Ich denke, das kam auch so natürlich so ein bisschen, wenn man sich jetzt mal YouTube anguckt, da kam das ja so, dass viele so Technikkanäle zum Beispiel entstanden sind, wo dann die verschiedensten Handys und sonst was immer verglichen wird und das ist ja auch eigentlich Content Marketing, nur dass es nicht von den Unternehmen selber entsteht. Auch ein super spannendes Thema. Was sind denn so die Nischen oder die Kanäle von euren Kunden oder also in welchem Bereich macht ihr Content Marketing? Kann man eigentlich nicht sagen. Also man kann keiner Branche zuordnen oder auch B2B werde ich immer gefragt, so nutzt sich denn das? B2B tickt auch anders. Aber eigentlich machen wir es für alles. Also von, wie gesagt, wichtiger ist, habe ich was zu erzählen und dann kann ich auch Content Marketing machen. Okay, also siehst du bei allen Unternehmen oder Produkten, wo es was zu erzählen gibt, einfach das Potenzial zumindest, dass Content Marketing da gut funktionieren könnte? Wenn ich was zu erzählen habe. Also ich bin jetzt irgendwie ein Schraubenhersteller. Ich bringe immer das Beispiel mit Schrauben irgendwie, warum auch, weiß ich nicht. Und meine Schraube ist jetzt, hat keine Fangemeile, weil das jetzt nicht so eine Zielgruppe ist. Es sind Handwerker, die sagen, oh, auf die kannst du dich verlassen. Das ist einfach eine billige Schraube. Die ist billig produziert und die hat nichts Besonderes. Und die kann einfach nur durch den Preis existieren. Dann würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass es andere Maßnahmen gibt, die sinnvoller sind als Content Marketing. Aber ich denke auch, dass Content Marketing sowieso nicht ein Tool ist, was man für solche Produkte verwendet. Weil die günstigen Produkte, die verkaufen sich ja durch den Preis und die teuren Produkte ja dann durch etwas anderes. Und das ist dann meistens Brand und das kommt ja durch Content Marketing. Also Content Marketing ist ja ein Tool, um einfach sehr stark den Brand zu stärken oder auch allein schon um die Awareness zu steigern natürlich. Aber auch um, ja, dann eine Emotion mit einem Produkt einer Marke zu erstellen. Also eigentlich ist es ja sogar so, ich würde sogar eigentlich sagen, dass es eher, wenn ich zum Beispiel eine Kaufentscheidung tätigen möchte, über die ich nachdenke, ob das jetzt günstig oder teureres Produkt ist. Aber ich nehme jetzt mal was Teures. Ich will mir jetzt einen Grill anschaffen. Ja. So, und jetzt will ich die beste Lösung für mein Geld finden. Ja. Und ich fange an, mich zu beschäftigen. Was hat der Grill und der Grill und der Grill für Vor- und Nachteile? Und wenn ich jetzt die Möglichkeiten bekomme, viel Content zu einem Produkt zu bekommen, also meinetwegen YouTuber, die da irgendwelche Rezepte drauf zeigen, wer da mir Funktionen zeigt, dann beschäftige ich mich relativ lange mit diesem Produkt. Und wenn ich einmal diese Zeit getroffen habe, ist das eine Investition, die ich schon getroffen habe. Das heißt, als wenn ich jetzt schon 100 Euro angezahlt hätte. Und der, weil ich habe keine Lust, mich nochmal mit einem anderen Grill dann zu beschäftigen für die Zeit. Genau. Und wenn ich diese Möglichkeit nicht bekomme, dann kaufe ich ja den Grill, bei dem ich die Zeit schon investiert habe. Ja, na klar. Und deswegen ist es manchmal gar nicht nur einfach so eine Brandsache, sondern wir merken, dass immer mehr das funktioniert, wo ich wirklich Probleme löse oder Mehrwerte habe. Also jetzt gar nicht, am Anfang war ja, es gab ja eine Zeit lang, als YouTube wieder ganz modern war und jedes Unternehmen musste auch YouTube haben. Und die haben alle versucht, die YouTuber nachzumachen. Also versucht mehr so redaktionell zu arbeiten. Okay. Dieses so, hey Leute, heute stelle ich euch mal das und das vor und das passte oft gar nicht zur Marke. Ja. Oder die haben dann YouTuber eingeladen, die dann irgendwie auch Frikadellen, irgendwelche Smileys malen, um halt die Mayonnaise zu verkaufen oder so. Das sind alles keine Mehrwerte. Ja, na klar. Und ja, und das funktioniert halt nicht. Aber oft ist dann der simplere Content, also wenn ich jetzt Drogeriemarkt bin und gebe Hilfestellungen, wie ich meinen Artikel, mich jetzt meinetwegen ein bestimmtes Make-up erreiche oder das und das. Oder ich bin jetzt meinetwegen Edeka oder ein anderer Einzelhandel und ich gebe Rezepte, die meinetwegen einfach sind oder so. Das sind Mehrwerte, die ich dann mitnehme und die dann mir auch weiterhelfen. Ja, also ich glaube auch, dass es beim Content-Marketing der Aspekt, den man vielleicht vor allem bei YouTube beachten sollte, aber auch bei den anderen Plattformen, dass man guckt, was interessiert die Zielgruppe? Womit kann ich genau, also womit kann ich der Zielgruppe einen Mehrwert bieten oder sie unterhalten? Genau. Also das sind so die zwei Faktoren, oder? Das sind meistens gar nicht so die spannenden Themen. Also oft das ist sehr simpel. Weil wir oft erleben, wenn wir gerade so einen Kunden pitchen oder so, dann müssen wir immer so ein bisschen dieses Spagat fahren zwischen, ich muss dem jetzt irgendwas Spannendes erzählen vom Format her. Aber eigentlich, was funktioniert, ist eigentlich mehr die einfachen Sachen. Aber wenn ich denen jetzt sage, hier, mach Erklärvideos, sag ich dir, ja toll, danke für die Idee. Oder Ann-Edeka, mach doch einfach Koch-Tutorials. Ja, genau. Ja, na klar. Ja, das ist so, wo wir uns immer bewegen, weil wir selber versuchen ja auch mal, uns weiterzuentwickeln. Ja, na klar. Und haben auch irgendwann mal so den Punkt gehabt, wo wir dachten, okay, wir müssen jetzt mehr in Richtung TV denken, also mehr unterhaltend sein als jetzt quasi. Aber wir merken immer wieder, immer wieder, egal welches Jahr wir uns angucken, ob das jetzt 2018, 2017 oder 2016 oder 2019 war, das aber erfolgreichsten wirklich die Inhalte sind, die schnell was erklären und jemandem Hilfestellung geben. Ja, vor allem schnell. Also ich glaube, das ist auch so ein echt großer Key-Faktor, weil zum Beispiel, also das kenne ich von mir und auch von vielen anderen, das ist ein Konsumverhalten selber auf YouTube, wenn man was erfahren möchte, wenn man sich ein Rezept angucken will, dann geht man eigentlich immer erst mal aufs kürzeste Video, weil man ja denkt, okay, wenn ich das in drei Minuten im Ansatz so gut hinkriege, wie das in zwölf Minuten, dann mache ich es lieber so. Und oft ist es ja so, dass wir immer uns an den YouTubern orientieren und die machen es aber eigentlich auch falsch. Okay. Ich meine, die sind halt schon sehr schnelllebig und so. Wenn ich jetzt jetzt mal keinen nehme, der jetzt irgendwie Nachrichten hat oder so, ich sage mal, wo ich privat sehr aktiv bin, ist halt so die Grill-Community auf YouTube. Und die fangen auch erst mal mit Blabla an. Ja. Und dann spult sie immer vor. Ja, klar. Kannst du auch oft in der Statistik sehen, dass die dann halt davor gespult werden. Aber die reden halt gerne, deswegen sind sie halt auf YouTube. Und das heißt aber nicht, dass man diese Rahmenhandlungen eigentlich damit unbedingt einbauen muss. Aber man fühlt sich oft verpflichtet, sage ich jetzt mal, als Unternehmen. Ah, die machen das so und da wird das ausgeschmückt und erzählen noch eine private Story dazu, wie sie das da und da entdeckt haben. Und da muss mehr Persönlichkeit hin. Also, wir haben auch gemerkt, dass der Darsteller eigentlich relativ austauschbar ist. Ja, glaube ich. Also, ich meine, die Unternehmen haben immer Angst, oh, wenn wir jetzt hier so einen YouTube-Star aufbauen und dann verlässt der die Firma oder hat irgendein anderes Engagement und dann haben wir das irgendwie für die Katze aufgebaut oder so. Aber es ist die Angst, also wenn ich Inhalte habe, die nur über die Person kommen, dann mache ich schon was falsch. Ich muss Inhalte haben, die quasi nicht über einen Host, einen Cast oder wie man es nennen möchte, irgendwie verbreitet werden. Ja, ich glaube auch, das ist auch immer so ein Schlüsselpunkt. Das gibt es auch von vielen anderen, habe ich das schon gehört, online allgemein, wenn es darum geht, Kundenberatung oder Support, Social Media allgemein. Bei Twitter-Anfragen zum Beispiel, soll man da noch einen persönlichen Namen druntersetzen von wegen, das wurde von laura26 hier gepostet oder die Antwort. Und weil da ging es genau um dasselbe Thema. Also, ist das dann schlimm, wenn der Kunde eine Beziehung quasi, eine emotionale Beziehung zu der Person aufgebaut hat? Aber das ist, denke ich, auch nicht wirklich relevant. Klar kann es mal passieren, aber das wird jetzt nicht in der Masse negativ auf die Brand zurückfallen. Ja, also wenn du jetzt dieses Beispiel mit den Kommentaren nimmst, also da empfehlen wir meistens auch einen Namen hinterzusetzen, weil es einfach, ich kommuniziere lieber mit einem Menschen als mit einer Maschine. Aber auch empfehle ich auch, sage ich jetzt mal, immer Menschen was erklären zu lassen, weil wir lieber Menschen folgen. Es gibt auch Studien, wenn so ein Video mit einem Gesicht anfängt, das mit mir spricht, bin ich gleich eher dabei als nur Hände, die irgendwas machen. Obwohl es vielleicht für die Lösung gar nicht bräuchte. Aber wir folgen eher Menschen, aber es muss nicht der eine Mensch sein, der die Beziehung aufbaut, sondern es können mehrere Menschen sein. Ja, na klar. Ich meine, das ist ja wie, als würdest du jetzt eine neue Person kennenlernen. Und also, ich denke, die meisten sind da erstmal neutral eingestellt. Und wenn die dann sich angemessen verhalten und freundlich und wie auch immer sind, dann kommen die doch in der Regel auch gut an. Genau. Kannst du nochmal drauf eingehen, ein starkes Argument für Content-Marketing. Hast du da eins parat oder einen großen Punkt, warum sollte man das machen, anstatt zum Beispiel mehr Geld jetzt in Outbound, also in direkten Verkauf oder Display oder was weiß ich für Werbearten zu stecken? Also eins ist, einerseits ist es natürlich so, was ich vorhin schon meinte, dass ich Möglichkeiten dem Kunden biete, sich mit einer Marke zu beschäftigen. Und umso länger er sich mit der Marke, Dienstleistung oder dem Produkt beschäftigt, umso mehr hat er das Gefühl, er hat schon was investiert. Und dann ist er auch bereit, quasi den nächsten Schritt zu gehen und eher was zu kaufen, was er schon kennt, als was er nicht kennt. Der zweite Grund ist natürlich, es scheint meistens relativ teuer Content-Marketing, weil ich ja nicht etwas habe, was direkt verkauft. Also wenn ich jetzt eine Anzeige im TV mache und sehe ich dann halt, okay, oder irgendeine Angebotswoche habe oder so und sehe, okay, das hat jetzt irgendwie direkt einen Umsatz gebracht. Es ist aber ein Medium, was halt, also wenn ich gerade in YouTube denke und ich mache da jetzt ein Video zum, mein perfektes Halloween-Make-up, sage ich jetzt mal, wird das zu jedes Jahr zu Halloween immer wieder interessant. Ich habe das einmal produziert und ich bin immer wieder bei demjenigen und nicht einmal kurz für eine Sekunde. und ich habe die Möglichkeit, immer wieder auf mich aufmerksam zu machen und wieder Problemlöser zu sein. Oder wenn ich jetzt meinetwegen Ikea bin und möchte irgendwie Hilfestellung geben, was kann ich, erstmal, wie kann ich meine Möbel überhaupt aufbauen? Das würde, finde ich, oft schon mal helfen, wenn Ikea da mehr Content in dem Sparte machen würde. Das würde ich persönlich auch voll cool finden, weil manchmal, da ist man bei diesen Ikea-Anleitungen, also an sich sind die ja schon ziemlich idiotensicher, aber manchmal versteht man es einfach nicht ganz oder hat keine Lust, das genauso durchzugehen. Also ich gucke zum Beispiel auch eher Videos und baue das danach nach. Also im asiatischen Raum, also wenn du jetzt Produkte aus Asien bekommst, dann hast du ja oft gar keine Anleitung mehr, sondern nur noch einen Link zum YouTube-Video, was total ohne Sprache funktioniert. Und ihr genau sagt hier, den Knopf drücken, das machen, das machen, dann hast du das und das, so bringst du ans Fahrrad das an und so. Und da sind die auch oft weiter. Also ich finde generell, wir orientieren uns ja auch immer oft in den USA, wenn wir mal sagen, die sind zehn Jahre weiter, Digitalisierung und so. Auch mit TikTok oder was weiß ich, es gibt jetzt eine langsame Orientierung nach Asien. Wie machen die das eigentlich? Da ist ja auch viel, viel mehr in Bewegung. Also Thema Livestream-Shopping zum Beispiel, habe ich heute erst auf LinkedIn einen Beitrag gesehen, ist da ja super, super krass verbreitet. Das ist da ja schon wirklich ein Beruf, während hier das mit dem Livestream gerade erst so beginnt und man sich da noch gar nicht so vorstellen kann, dass das wirklich ein Verkaufskanal ist. Ja, also wir haben das für uns auch für 2019 gesagt, ey, wir machen 2019, also Ende 2018, ey, 2019 wollen wir Livestream-Saison-fähig machen für Unternehmen. Also dass wir sagen, so eine Art Verkaufsfernsehen, aber halt frischer, also auf das Medium angepasst. Jeder kennt DVC und was weiß ich, aber keiner interpretiert das dann für Social Media. Und in Asien ist das schon was ganz Normales. Aber wir merken, dass bei Kunden, wir haben da wirklich viel investiert, also dass wir Formate entwickelt haben, dass wir uns mit der Technik intensiv auseinandergesetzt haben, sodass es auch nicht zu teuer werden muss. Also oft ist ja Livestreaming mit dem Handy oder wieder eine ganz aufwendige Produktion. Aber es gibt auch ganz viele Möglichkeiten dazwischen. und haben uns da sehr viel Expertise angeeignet und versucht die Kunden zu überzeugen, aber die sind da immer noch sehr, sehr ängstlich, weil jetzt halt live ist. Ja, ja, klar. Vor allem gibt es da auch in Deutschland einfach noch nicht so viele Cases zu. Also ich denke auch, wir in Deutschland brauchen für sowas auch noch ein bisschen, also es ist halt die Frage auch, in welche Richtung wird sich das entwickeln? Dann wird sich jetzt erstmal mehr Richtung Livestream entwickeln. Wie schnell wird Voice kommen? Das ist ja auch ein spannendes Thema. Also Voice wirklich so stark ausgebaut, dass man gar kein Handy mehr hat, sondern alles nur noch über Voice geht, weil es einfach schneller ist. Also das sind super spannende Themen. Genau. Ihr bespielt ja auch Instagram und Facebook. Bespielt ihr auch Pinterest? Also wenn ihr Blogs macht vor allem, nutzt ihr Pinterest da auch, um Traffic auf die Blogs zu kriegen? Oder macht das nur SEO-optimiert? Also machen wir auch, aber man muss sagen, bei den Kunden, die wir bis jetzt haben, macht es oft nicht so einen Sinn. Also weil es ist ein sehr visuelles Medium, wo ich halt Eindrücke sammle und die Kunden, die wir da haben, sind dann halt in dem Bereich, wo es Sinn machen würde. Geht da um Versicherung oder so, da ist wieder Pinterest so ein Thema, was dann wieder weniger Sinn macht. Aber beschäftigen wir uns auch mit, machen wir auch, aber machen wir wenig, weil… Das ist nicht zum Kunden passt. Genau. Okay. Nicht, weil generell kein gutes Tool ist, aber… Ja, klar. Muss ja auch immer zur Zielgruppe passen. Und wir machen halt immer unsere Lösungen angepasst an Kunden. Wir sind jetzt nicht eine reine YouTube-Agentur, sondern wenn auch Social Media keinen Sinn macht, dann sagen wir, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ja, klar. So muss das ja auch im Endeffekt sein. Genau. Wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und der gar keine Ahnung hat, der sagt, okay, wir wollen jetzt anfangen. Wir haben gehört, Content Marketing ist irgendwie gerade so ein Thema, was auch für uns vielleicht relevant sein könnte. Wie läuft das denn ab? Kriegen die da erstmal eine Beratung, ein Strategiegespräch und guckt ihr dann, was ist überhaupt möglich und was macht Sinn und beratet die dann? Ja, also es ist sehr unterschiedlich von, dass der Kunde zu uns sagt, ich möchte einen YouTube-Kanal haben und konkret weiß, okay, ich möchte, das andere ist schon besetzt, aber ich möchte jetzt bei YouTube was machen und was könnte denn das sein? Und da machen wir meistens immer so eine Art Kick-off-Workshop, dass man erstmal so die Themen rauskitzelt, was ist für die wichtig, was sind so Ziele, die sie haben, wie kann ich die erreichen, wie tickt die Zielgruppe, was ist das Besondere an denen, welche Geschichten können die überhaupt erzählen? Und dann beraten wir die natürlich von vorne bis hinten, das geht dann halt von der Beratung bis hin, vielleicht sogar im Casting, um Leute zu akquirieren, vielleicht auch nur intern, um Leute intern quasi zu Gesichtern zu machen, die dann vorne zu sehen sind, bis hin zur Ausspielung von Ads oder die ganze Vermarktung des Ganzen. Also crossmedial auch gedacht, der kommt vielleicht zu uns und sagt, ich möchte YouTube haben, wir sagen aber okay, wenn wir das so und so machen, dann fällt auch Content für Facebook oder manche Instagram ab, obwohl das eine ganz andere Abteilung ist. Also es kommt öfters vor, dass die quasi, was weiß ich, aus irgendeinem Grund sagen, die YouTube liegt bei uns in der Abteilung Kommunikation meinetwegen und Facebook in der Abteilung Vertrieb oder Marketing und die sind voneinander getrennt oder vielleicht genau andersrum. Und wir versuchen aber schon immer so ein bisschen crossmedial zu denken. Das heißt nicht, dass ein Video einfach da und da gespielt wird, sondern wie kann ich den Drehtag nutzen? Ja, um auch noch anderen Content zu erstellen. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man da nicht auf einer Plattform fixiert ist und auch wirklich crossmedial drängt. Das ist, denke ich, auch super wichtig, weil ansonsten, weil man kann eigentlich die sozialen Netzwerke meiner Meinung nach nicht genug bespielen. Also dafür sind ja die Algorithmen da, die filtern das schon raus. Wie oft, wenn jetzt, also so als Erfahrungswert vielleicht, wie oft ist auf YouTube jetzt euer Postintervall, wenn ihr für einen Kunden etwas habt, habt ihr da feste Sachen, dass ihr sagt, okay, jetzt kommt jeden Samstag um die und die Uhrzeit ein Video und dann ist das über einen bestimmten Zeitraum oder sind das Jahresverträge, dass ihr dann jährlich wirklich jede Woche oder also wie sind die Konstrukte da? Also es macht ja auch manchmal nur Sinn, also wenn ich jetzt eher so einen Inhalt habe, der so spannend ist, dass ich jede Woche über was informiert werden möchte. Erstmal muss man sich als Unternehmen erstmal wirklich zugestehen, dass ich nicht so gespannt bin wie YouTuber oder TV-Channel oder so. Das muss man einfach mal für sich selber wirklich mal sagen, ey, das bin ich leider nicht. Da kann ich oft irgendwelche YouTuber mir sehen, das ist ja einfach produziert, das kann ich auch, aber man ist einfach nicht so spannend. Und diese Authentizität, die kann man nicht einfach künstlich erzeugen. Also das beste Beispiel ist ja CDU, die sich dann versucht hat, Weezo nachzumachen, aber selber nicht so ist. Also hätten sie da einfach eine Merkel hingestellt oder irgendwen anders, der so ist, wie man die CDU interpretiert und auch nicht so frisch das rübergebracht hätte, aber es wäre halt wenigstens authentisch gewesen. Und wenn ich jetzt eher Inhalt habe, der wirklich mehr so Probleme löst, wenn ich ein Produkt habe, das ist für zehn Jahre immer dasselbe und habe aber viel Inhalt dazu erzählen, wie man das anwendet oder was das Spannende daran ist hinter den Kulissen, kann das auch sein, dass das schon quasi für einen bestimmten Zeitraum dann erstmal reicht. Das heißt, ich muss hier nicht unbedingt jede Woche was bespielen und diese ganzen Regeln, die ja immer aufgestellt werden, die ja auch auf Konferenzen und so, die eigentlich die YouTuber einem sagen, du musst eine feste Uhrzeit haben, damit die Leute sich darauf einstellen können, einen bestimmten Tag, das gilt nur für eine ganz bestimmte Art von Content. Also oft bin ich aber nicht das Unternehmen, das diese Art von Content hat. Und wir können nicht feststellen, dass bestimmte Tage, Uhrzeiten besonders sehr viel mehr bringen als jetzt vielleicht andere, wenn es Inhalt ist, der Probleme löst oder die Suche zum Beispiel. Dann wird der gefunden mit dem Moment, wo ich ihn suche und nicht, wenn ich ihn veröffentliche. Ja, na klar. Und das kann man deswegen nicht so pauschal sagen, so ein Intervall oder eine Uhrzeit oder so. Es wird immer allgemein empfohlen, den an einem bestimmten Tag regelmäßig und an einer bestimmten Uhrzeit, dass die Leute sich darauf einstellen können. Aber das sind so Tipps von YouTubern an Unternehmen, die aber wirklich eigentlich nicht wirklich sinnvoll sind oder funktionieren, nicht unbedingt so anwendbar. Genau. Wenn ich jetzt sowas habe wie, was weiß ich, irgend so ein Talk, was weiß ich, irgendwelche Influencer sprechen über irgendwelche Pubertätsprobleme, sage ich jetzt mal, und habe da im Hintergrund irgendeine Marke, was es gibt, nur als YouTube-Kanal, dann kann es vielleicht sein, dass es wichtig ist, eine bestimmte Uhrzeit zu haben. Also wie eine Sendung. Aber wenn ich jetzt, ja, aber wenn ich jetzt irgendwie als Ikea zeige, wie dein Billigregal aufgebaut wird, zeige ich jetzt mal. Dann interessiert das niemanden, um wie viel über das kommt. Ja, klar. Okay, dann nochmal das Thema, wenn ein YouTube-Kanal noch nicht vorhanden ist oder was wir auch oft sehen, ist, dass Unternehmen das mal probiert haben, aber es, also die haben ein paar Videos gemacht, aber irgendwie ohne richtiges Konzept dahinter, ist auch nicht angekommen. Dann haben die vielleicht, keine Ahnung, sechs Abonnenten und ihre paar Views, null Engagement. Und dann wird das an euch abgegeben. Was macht ihr dann, um da erstmal Leben dem Kanal einzuhauchen? Ja, erstmal ein Konzept. Und dann wird erstmal so eine Art Pilot produziert. Meistens, der ist meistens noch nicht mal dafür da, um das an den Zuschauern zu testen, sondern eigentlich für interne Zwecke. Okay, und zu gucken, wie es beim Kunden ankommt. Ja, beim Kunden performt der Darsteller, der man sich hat, performt das Thema, ist das spannend genug. Manche machen wir so, dass wir drei, vier verschiedene Darsteller, einen Piloten dann produzieren oder meinetwegen, wenn es jemand aus Inhouse ist, dann auch, dass sie an einem Drehtag dann irgendwie der mal, der mal, der mal ran darf, sage ich jetzt mal, um so ein bisschen das auszuprobieren. Und ob das auch so rüberkommt, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Und meistens ist es so, dass Unternehmen denken, dass Vertriebler super geeignet sind dafür, weil die gut quatschen können, oft aber von der Kamera gar nicht funktionieren. Das findet man dann halt dann schnell raus. Weil warum auch immer ist das so, die quatschen einem Kunden eine Kante ans Bein, aber soweit die Kamera an ist, sind sie dann stock und steif und können das dann irgendwie gar nicht mehr so richtig rüberbringen. Und dann ist es immer ein Prozess. Also es wird nicht so eine Strategie gemacht und dann funktioniert das für ein Jahr. Es muss permanent angepasst werden. Und manchmal sind Anpassungen auch gar nicht so gut, dann geht man wieder zurück. Also man verfällt immer schnell in dieses, wir müssen mal was Neues bringen, müssen mal so ein bisschen unterhaltender sein. Mehr sowas, was weiß ich, ich bringe jetzt sowas wie perfekte Dinner-Elemente rein, wenn ich jetzt das Thema Kochen habe oder so irgendeine Unterhaltung. Aber meistens, wenn ich perfekte Dinner sehen will, dann gucke ich mir das halt nicht bei Einzelhandel an, sondern gucke ich mir das bei Vox an, sage ich jetzt mal. Ja, na klar. Zählen halt meistens andere Attribute, aber dann rudern wir auch oft wieder zurück oder es ist ein agiler Prozess aber. Und YouTube ist gerade echt ein Medium, was sehr langfristig funktioniert. Das heißt, der Algorithmus ist wirklich, der lernt von dir lange. Also eine Kanalstrategie aufzubauen, kann auch mal so ein Jahr dauern, dass man sagt, okay, jetzt sagt YouTube, das ist spannender Content. Das heißt nicht, dass ein Video mal so hochposten kann, das meine ich nicht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass du eigentlich so einen Kanal immer in so eine Richtung kriegen kannst, der auch oft organisch funktioniert, aber nicht von heute auf morgen. Okay, unterstützt ihr denn auch mit Paid Media das Content Marketing, damit so ein Kanal, der gar keine Aufmerksamkeit, zumindest erstmal eine grobe Aufmerksamkeit hat, damit der Content überhaupt irgendwie performen kann? Ist eigentlich fast immer ein Muss. Also wenn ich es mit YouTuber vergleiche, der macht sich Ideen, Content, macht erstmal seine Videos, verändert die meinetwegen, weil er merkt, das kommt nicht so an. Und der braucht auch erstmal eine Grundreichweite. Du brauchst so bestimmte Sachen, damit YouTube weiß, okay, das ist ein guter Content. Und auch das ist Content zu dem und dem Thema. Das heißt, du musst erstmal, natürlich Leute haben, die das Video angucken, du musst Leute haben, die darauf interagieren, du musst sozusagen Watchtime sammeln, du musst vielleicht ein Video haben, was Leute motiviert, ein Abo dazulassen. Und wie soll das passieren, ohne dass es irgendwie angeschoben wird? YouTuber machen es dann so, dass sie halt oft Kooperationen eingehen, dass sie in irgendwelchen Forum sind, hier guckt euch mal mein Video an, der YouTuber kommt zu mir zu Besuch, ich komme zu dem zu Besuch. Als Unternehmen könnte ich auch diese Wege gehen, aber es sind halt wahnsinnig aufwendig. Und gerade Kooperationen dann einzugehen mit einem anderen Unternehmen meinetwegen, hier wir tauschen und so weiter, wird halt ziemlich schwierig. Das heißt, ich brauche erstmal so ein bisschen Paid Media, um so einen Grundstock sozusagen an Interaktionen zu sammeln, an Watchtime zu sammeln, um es dann quasi dem Album zu überlassen. Ja, stark. Ne, das ist auch was, was ich bis jetzt selber so beobachtet hatte. Was ist denn da so ein Budget, wo du sagst, ab da kann, also reicht so ein Schub quasi, dass man, wenn man jetzt gerade vielleicht selber angefangen hat, einen YouTube-Kanal zu machen und mal gucken will, ob das gut ankommt, ob das funktioniert, mit wie viel Geld muss man da mindestens rechnen als jetzt nur Ad-Spend? Ja, das ist mal die Frage, was man für Ziele hat. Also, ich kann nur sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie es mit 50 Euro oder so ist, weil wir meistens eher höher anfangen, aber 500 Euro reicht locker aus, um mal auf 100.000 Views zu kommen. Also dann ist es ja wieder eher der, nicht mit dem Paid Budget, sondern halt dann das Organische, was dahinter hängt. Ja, na klar. Es muss halt ein Thema sein, das dann auch gesucht wird. Also wo sowieso schon Nachfrage nachher steht. Okay, aber sind das denn dann Videos, die, also du hast ja schon vorhin darüber geredet, so SEO-optimierte Videos, sprich so Tipp-Videos, die einfach helfen und unterstützen? Pusht ihr sowas dann auch mit Paid Media oder sind das dann wirklich Sachen, die dann wirklich eher unterhaltend sind und nicht so solche Tipp-Videos sind? Nee, eigentlich für alles. Also gerade, also wir versuchen ja meistens eher Content zu produzieren, der Mehrwert gibt, aber natürlich auch unterhaltend ist. Was ich auch vorhin meinte, ist immer so dieses Unterhalten, natürlich soll unser, soll auch ein Erklär-Video unterhalten sein, kurzweilig und so. Ja, klar. Das darf man mich nicht falsch verstehen. Aber was ich meine, auf das Redaktion immer so ein Denken kommt, wir machen jetzt mal, wir spielen jetzt mal hier Galileo nach und machen so drei Tipps fürs Wochenende oder sowas halt. Ja. Das sind halt Inhalte, die dann weniger funktionieren und wir suchen natürlich auch bewusst aus, gucken, welche Keywords werden halt wie gesucht. Also es kann ja auch so sein, dass meinetwegen, ich habe jetzt das Thema, Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie ein Thema und ich kann so ein Thema in einem Video nicht viele Themen bedienen, weil sonst kann es ja nicht gefunden werden. Weil ich muss das ja in den Titel auch reinpacken und dann ist auch entscheidend, welche Suchwörter ich dann vielleicht nehme, weil da gucken wir halt auch ähnlich wie SEO-Leute, welche Keywords werden halt gesucht. Also wenn ich jetzt meinetwegen ein Mittel habe, was jetzt ein Autopflegemittel ist und der Kunde spricht immer von Kfz-Pflegemittel, aber in Wirklichkeit suchen alle nach Autopflegemittel, dann werden wir im Titel Autopflege natürlich einbauen. Ja, na klar. Da gibt es auch so ein paar Tricks, wo man das, ob das mehr am Anfang steht und wie lange das sein soll und so weiter. Dann, und wenn ich so irgendwelche fanzigen Titel habe, die Lust auf das Klicken machen, aber die Suchbegriffe nicht drin haben, habe ich es halt auch gleich schwerer. Ja, na klar. Ja, super spannendes Thema. Benutzt ihr Tools dafür? Ja, also auch. Welche? Allein eigentlich die Tools, die AdWords, also. Also guckt ihr über quasi, jetzt heißt es ja Google Ads, also über Google Ads, guckt ihr dann quasi, okay, wie ist die Nachfrage allgemein, ist mal das Suchvolumen? Genau. Und guckt ihr auch direkt schon nach Geboten darauf? Ja, also wir machen es nicht so, dass wir jetzt sagen, ihr müsst jetzt ein Thema für Google Ads produzieren, weil, sondern es geht ja eher darum, was habe ich zu erzählen? Und dann gucke ich, wie kann ich den Titel oder das Inhalt in verschiedenen Videos aufteilen, die vielleicht gesucht werden? Ja. Weil, weil oft ist es ja auch so, mich interessiert immer nur ein, also ich habe jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, sag mal irgendein Produkt, was erklärungsbedürftig ist. Was erklärungsbedürftig ist, Gott, Software. Ja, Software, gutes Beispiel. Hätte ich jetzt ein Video, wo meine ganze, was weiß ich, die Einleitung, wie lege ich einen Datensatz an in der Software, wie mache ich das Problem, wie mache ich das und das, würde ich mir das schon nicht angucken. Ich habe nur ein gezieltes Problem, was ich eigentlich beantwortet haben möchte. Deswegen muss ich oft Probleme oder Anleitungen in viele kleine Videos aufteilen. Ja, anstatt ein langes. Ja, klar. Genau, anstatt ein langes. Und da gucken wir halt dann halt auch, wie gesucht wird und teilen das danach halt auf. Aber wir fangen jetzt nicht an, dass wir Content für die Suchmaschine zu produzieren, sondern eher andersrum, was habe ich zu erzählen und wie kann ich es dann optimieren. Ja. Ja, ja, klar. Nein, super spannend. Also, du würdest es auch machen. Kennst du Webflow? Nee. Schade. Das ist ein super Beispiel, finde ich, für gutes Content Marketing, auch in Kombination mit Paid Media. Das ist so ein Tool, mit dem du Webseiten bauen kannst quasi. Und die machen, das habe ich selber noch nie gesehen, auch nicht bei Adobe oder anderen großen Unternehmen, die machen, die haben glaube ich schon ein paar hundert Tutorials zu ihrem eigenen Programm auf YouTube. Das heißt, egal was, du kannst von denen einfach das Programm lernen. Und das ist natürlich super sinnvoll. Also, ich denke, das ist auch wieder so ein Fall für Unternehmen, die Software machen. Macht einfach Tutorials, wie man eure Software bedient. Also, das ist natürlich super stumpf, aber es ist im Endeffekt das, was die Leute ja brauchen. Also, auch gutes Beispiel HubSpot. Die machen ja auch super Inbound Marketing an sich und die haben auch für alles mögliche Videos. Also, man kann eigentlich sich, wenn man wirklich seinen Kunden helfen will, dann kann man sich einfach am Customer Journey orientieren und daran dann gucken, okay, wo sind Knackpunkte? Was ist vielleicht nicht sofort super verständlich oder wo könnten Probleme entstehen und dann daran lang produzieren? Man kann auch oft, was oft vergessen wird, mal den Support fragen. Ja, klar. Man hat mich an die Marketingabteilung und die soll sich an irgendwelche Inhalte ausdenken. Die denkt natürlich immer an so spannenden Themen wie, wir laden jetzt einen Til Schweiger ein, der mein Produkt hochhält. Oder eine witzige Story drumherum und an der Möglichkeit ruft jeder im Support an und sagt, ey, ich weiß nicht, wo der Ausknopf ist. Ja, ja, klar. Und das wird nicht thematisiert. Ja, das ist auch super wichtig. Ich will mal ein bisschen jetzt so einen Switch machen von diesem ganzen technischen und diesen ganzen Geschichten hin zu dem unternehmerischen. Und was ist alles so in der Zeit, die du jetzt bei Blue House bist, passiert? Einfach ja von den Unternehmensstrukturen vielleicht, von Anzahl an Mitarbeitern, Wachstum und all so einem Kram. Also wir haben so ein bisschen das Motto, also intern, das ist kein Slogan, der auf der Webseite steht, Blue House bewegt und bewegt sich so. Also wir wollen immer bewegen. Das heißt, wir hinterfragen halt jedes Jahr den Status Quo und versuchen dann neue Leistungen aufzunehmen, auszuprobieren. Und angefangen hat das jetzt mit Web 2.0. Da waren wir auch sehr, sage ich mal, eine Digitalagentur. Und Web 2.0 war damals halt viel auch Community. Da musste jedes große Unternehmen eigentlich eine eigene Community haben. Content-Markt, also da war so das erste Mal der Begriff User-Generated-Content und Blogs kamen auf. Damit fing eigentlich an, dass wir dann so welche, ja, ich sage jetzt mal, Internet-Software bereitgestellt haben. Also Blogs, Communities, Videos innerhalb von Communities oder Content oder dann ging das so langsam los von der Entwicklung her, dass wir gesagt haben, damit waren wir noch eine Full-Service-Werbeagentur und haben auch Print-Bereich gehabt. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir uns spezialisieren auf das Digitale. Und sind dann mit einer Agentur zusammengezogen, die Print macht. Und haben gesagt, okay, was ihr konzentriert euch für Print. Wir machen digital. Ja, und dann ergänzt ihr euch. Ergänzen wir uns, dann haben wir Synergien zusammen. So, und dann haben wir uns aber durch das Digitale immer so, gab es so die Frage 2000, weiß gar nicht, 11 war das so ungefähr. Ja, dann kam so Social Media als Begriff auf und Apps. Ja. Und wir haben uns überlegt, machen wir Apps oder machen wir Social Media? Und haben beides so ein bisschen auf unsere Fahne geschrieben und ausprobiert. Und haben halt gemerkt, dass Social Media für uns Verwandter ist. Und das andere war halt zu technisch, sage ich mal. Und haben uns dann auf Social Media konzentriert. Und wie dann schon gesagt, kam durch Social Media eigentlich immer mehr Bewegtbild. Und zeitlang wurden wir nur als YouTube-Agentur wahrgenommen, als YouTuber irgendwie so getrandet ist. Und dann hieß es immer, dass Bewegtbild noch zu teuer ist für andere Kanäle. Und haben ja bewiesen, dass das nicht so sein muss, weil wir ganz anders arbeiten als eine Bioproduktionsfirma, die ja im klassischen Sinn oft so einen festen Drehtag hat, ein Drei-Mann-Team ist, das und das und das. Was so und so gewohnt ist, also es gibt dann nicht halbe Drehtage oder Viertel-Drehtage und der Stittplatz wird auch für den ganzen Tag gebucht und es wird halt die Person und der Platz gebucht und das macht halt so Video teuer. Ja, na klar. Und dass es aber ganz anders geht, haben wir dann versucht, also einen anderen Weg zu finden, Bewegtbild-Content für Social Media zu produzieren. Und dann ging das halt immer mehr so diesen Weg, dass wir gesagt haben, mittlerweile werden wir so als Storyteller-Wegbild-Agentur für Social Media eigentlich so wahrgenommen. Ja, cool. Wie ist denn so die, oder das Verfahren, wenn es jetzt um Anstellen von neuen Mitarbeitern geht? Gibt es da, also schreibt ihr sowas einfach aus? Geht ihr da auf Messen? Was benutzt ihr selber Social Media dafür? Wir benutzen selber Social Media und das Problem ist eigentlich, dass wir von unserem Stellenprofil es eigentlich kaum gibt. Also es gibt halt den Kameramann, es gibt den Cutter, optimalerweise hast du den Kameramann und Cutter, es gibt den Konzeptioner, es gibt den Projektleiter und bei uns ist das quasi der Konzeptioner, der Projektleiter, der Aufnahmeleiter, der Producer, ist alles eine Person. Ja, ja, klar. Und das ist bei uns der Brand Entertainment Producer, der muss sich halt im Social Media auskennen, der muss sich im Video auskennen und muss Fähigkeiten haben, den Kunden zu beraten, muss die Trends im Blick haben und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, da haben wir eine Stelle ausgeschrieben und ja, da findet sich keiner mit Erfahrung. Also viele Neue finden das erstmal spannend, aber keiner, der viel Erfahrung hat. Und da haben wir gemerkt, das müssen wir selber ausbilden. Dann haben wir die Trainee-Akademie gegründet. Okay. Das heißt, bei uns durchläufst du quasi so ein Jahr oder anderthalb Jahre, je nachdem, so eine Art Trainee-Akademie, wo du schon etwas mitbringst, also du hast schon irgendwas studiert, entweder Journalismus oder irgendwas Videoproduktionsschaffendes und wir bringen den anderen Teil bei. Und mit der Option, also beziehungsweise unserem Wunsch, die Leute dann auch zu halten und dann bei uns Projekte leiten zu können. Okay, spannend. Ist ein Studium für euch dann Pflicht, um bei euch quasi zu arbeiten oder loszulegen? Ähm, ja doch, eigentlich schon. Also du kannst auch, äh... Ich finde das immer eine super spannende Frage. Ja? Also rein theoretisch nicht. Ähm, wenn du jetzt Mediengestalter bist und die eine Seite mitbringst und die andere lernen willst und im Bewerbungsgespräch beweisen kannst, dass du, ähm, ja, so vollumfänglich äh, denken kannst oder so, also es ist halt jetzt irgendwie keine Voraussetzung, aber wir haben gemerkt, dass meistens Studenten, die jetzt, äh, ein Studium hinter sich haben, wo sie sowieso gewohnt sind, äh, sich schnell in verschiedene Sachen, äh... Einzuarbeiten, ja. Einzuarbeiten. Und, ähm, und Filmemacher haben ja meistens Bock auf geile Filme. Ja. Und, äh, geile Bilder und, äh, gar nicht mehr so auf Inhalt oder, ähm, nicht dieses Angebotsschreiben oder dieses Militäre, die sagen, ey, ich möchte jetzt nicht, äh, in dem Budgetrahmen bleiben, ich möchte halt ein cooles Bild erzeugen. Ja, Filmemacher wollen einfach Filme machen. Schöne Bilder, ja, klar. Und, äh, deswegen haben wir gemerkt, dass das meistens nicht die Kriterien erfüllt. Mhm. Was wir jetzt aber auch gemerkt haben, wo wir jetzt, äh, am Anfang, als wir angefangen haben, das aufzubauen, waren wir uns so die Print Entertainment Producer und wir haben uns halt die Kameraleute immer eingekauft, ne? Und irgendwann haben wir gemerkt, das macht keinen Sinn, das immer rauszugeben, das muss auch intern. Ja, klar. Äh, weil die auch oft nicht so flexibel sind, ne? Die Leute, die das dann machen, du hast dann irgendwie eine Änderung, äh, und das ist halt sehr schnelllebiger Content, äh, kann nicht sein, dass der dann drei Jahre, drei Tage auf dem Dreh ist, um eine Änderung zu machen oder wie auch immer. Ja, na klar. Und, ähm, und dann, da fangen wir jetzt schon an, klassischere Berufe einzustellen, also den Kameramann, den Cutter und so weiter, ähm, aber der quasi die Projekte leitet, der Print Entertainment Producer, das müssen wir ja immer ausbilden. Also, wie gesagt, keine klassische Ausbildung, sondern es ist, äh, sowas von euch selber kombiniertes quasi. Genau, so eine Akademie, das ist ein Curriculum, welche Inhalte wir eigentlich, äh, da vermitteln wollen, was, was die lernen sollen, welche Projekte die machen sollen und, äh, dann werden die auch gleich in Projekte mit eingespannt, die können in der Akademie, wo sie auch Content für Blue House machen, äh, relativ, erst mal auch viel ausprobieren, wo das ein Kunde dahinter steckt irgendwie, also da ist dann wir, Blue House quasi der Kunde, da dürfen sie auch noch Fehler machen. Ja, das ist ja auch cool. Und, ähm, ja, das ist so sehr, weil wir gemerkt haben, wir kriegen keine Leute, die das mitbringen. Vielleicht ist es ja in Zukunft anders, äh, aber... Ja, ich, ich denke, es wird mehr werden, also weil viele, auch wie ich, sich so alles selber beibringen, ich hab so das Gefühl, dass ich da jetzt so eine der ersten Generationsschichten bin, die so mit autodidaktischem Lernen übers Internet groß werden und dann auch viele eigene Sachen machen, also ich kenn viele Leute, die jetzt nur durchs Internet, keine Ahnung, programmieren, fotografieren und sonst was gelernt haben und ich denke, ähm, und das ist ja auch, was ich bei mir selber merke, dass man sich auch, oder also bei mir zumindest sehr stark, dass ich mich dann auch in andere Bereiche reinfuchse, die ich dann auch wiederum spannend finde und dann kommen gegebenenfalls auch solche Kombinationen, die da benötigt werden, zustande. Es ist ja auch so, dass, ähm, wir immer komplexer und immer schneller uns bewegen müssen, das heißt, man muss sich sowieso immer darauf einstellen, dass ich eigentlich permanent weiterbilden muss. Und, ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn und auch mehr Verantwortung übernehmen muss, also das heißt, äh, diese klassischen Strukturen, ähm, ich bin jetzt in der Abteilung YY, da gibt's einen Abteilungsleiter, da gibt's einen Bereichsleiter und, äh, ich mache nur, was mir gesagt wird, funktionieren nicht mehr, weil das, äh, ja, das ganze Umfeld, der Markt viel zu schnelllebig ist. Ja. Das heißt, äh, irgendwann ist so ein Bereichsleiter, was weiß ich, der kriegt nicht mehr mit, dass es TikTok gibt, äh, das tut aber derjenige, der quasi am Ende produziert und, äh, bis der quasi einen Vorschlag gemacht hat, äh, dem Abteilungsleiter, der den Bereichsleiter hat einen Vorschlag gemacht, der das aber nicht versteht und sagt, äh, ja, nee, das ist blöd, ja, na klar, ja. Budget freigeschaufelt wird und so weiter, ähm, das sind einfach Prozesse, die halt zu lange dauern, das heißt, deswegen versucht man ja mit New Work, ähm, quasi einzelnen Units oder Abteilungen mehr Verantwortung bei den Mitarbeitern zu lassen, ähm, um dann halt, ja, so Prozesse effektiver und, äh, ja, effizienter zu gestalten. Ja. Ich glaube, das ist auch eine der größten Schwierigkeiten, vor allem dadurch, dass jetzt immer, also jetzt vor allem in unserer Branche, wo es immer mehr gibt, es gibt ja schon wieder, jetzt gibt's schon wieder Byte, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass der Nachfolger von Wein auch in einem ähnlichen Format wie TikTok und man muss sich halt immer damit beschäftigen und, äh, befassen. Ähm, aber ich hab jetzt, das würde mich interessieren, weil ich jetzt immer höre, dass deine Generation oder die dann noch sogar noch drankommt, ja, eigentlich schon wieder anders tickt, dass die sagt, ähm, sie hätten eigentlich lieber wieder 9-to-5-Jobs, ähm, wo sie weniger Verantwortung haben. Da hast du den falschen Ansprechpartner. Aber du kennst ja, 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 na klar. Und auch eher so dieses, äh, Arbeit und Beruf stärker trennen, äh, Arbeit und Privat stärker drin. Also, es gibt natürlich beides, ne, also ist ja klar. Ähm, was ich merke, dass viele, vor allem, was ich gerade erzählt hab, die echt sich auch Skills zugeeignet haben, jetzt nach dem Abi studieren, eine Ausbildung machen oder erstmal was ganz anderes machen, weil sie auch nicht selber das Selbstbewusstsein haben, zu sagen oder sich das nicht zutrauen, weil oft so, zumindest hab ich das Gefühl, dieses bisschen so im Kopf herrscht so, ich hab einfach noch nicht das Recht für Kunden etwas anzubieten, weil ich hab das ja nicht studiert, deswegen, ich bin ja kein Experte darin, aber ich glaub auch in diesem unternehmerischen Zweig ist es ja relevant, dass man einfach loslegt und macht mit dem, was man jetzt hier hat. Ja, man braucht halt eine Plattform, man muss ja auch nicht gleich, also es gibt ja auch viele Sachen, die man erst beibringen muss, bevor man seinen Kunden dran lässt. Das sind ja manchmal sogar schon Höflichkeitsformen oder allein, äh, was ich auch merke, halt diese, ähm, ja, dass man den anderen mit dem Handy rumhängt, ne? Also man soll schon, äh, was weiß ich, wenn ich jetzt, äh, mit dem Kunden spreche, ist es sehr unhöflich, dann am Handy zu gucken oder sowas halt, ne? Das sind so, ähm, ich sag mal, Gegebenheiten, die ja, äh, oder Gewohnheiten, die aus meiner Generation selbstverständlich sein, sind, aber, äh. Aus der GES kommenden nicht unbedingt. Genau, die, die erst vorbeibringen müssen, weil oft sind ja die Kunden dann, äh, ja, äh, eher eine ältere Generation als eine Superjungen, na klar. Und es ist auch schon, und es ist auch so, dass man natürlich, weil du meinst, man hat jetzt nicht das Recht oder man hat nicht so, man wird auch oft als, sag ich jetzt mal, 18-Jähriger oder so nicht so vollgenommen. Also, na klar, ja, ja. Das ist einfach so, aber trotzdem ist, was er ja einbringen kann, wichtig. Und dann ist halt die Frage, ähm, ich würde ihn ja auch vielleicht nicht sofort an Kunden lassen, aber ich würde ihn halt, äh, sofort eine Meinung sagen lassen. Also, lass uns, äh, in die Richtung entwickeln. Oder eben meinetwegen, ihr macht doch mal Ideen da und dazu. Oder ich würde ihn halt komplett in meinen Prozess einbeziehen. Aber das ist halt so das, äh, vielleicht der Unterschied, dass man macht. Ja, also ich, also nochmal, um auf die Frage überhaupt zurückzukommen. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich hab jetzt viele um mich herum, die auch so einen Weg gehen wie ich. Und, ähm, ich kenn auch welche, die einen ganz anderen Weg gehen und normal studieren und sich auf gar keinen Fall vorstellen können, selbstständig oder als Unternehmer tätig zu sein, sondern lieber gerne irgendwo sich am 9-to-5 arbeiten wollen. Also, das ist ungefähr ausgeglichen, würde ich sagen. Aber würdest du dich auch anstellen, du würdest ja dann, sag ich jetzt mal, du möchtest ja dein eigenes Ding machen, aber würdest du dich auch anstellen lassen und dann, äh, äh, nicht 9-to-5, also das würde ich sagen, okay. Mit flexiblen Arbeitszeiten zum Beispiel. Ja, und dann, ich meine jetzt so, dass du quasi, ähm, aufgehst in dein Projekt und du willst dann jetzt, ähm, ähm, ja, mit voller Liebe drinstecken und dann sagst, okay, das ist Arbeit und, äh, oder weil du die Leidenschaft hast, willst du das nicht für jemand anders machen. Ich weiß es nicht. Also, ich kann's dir nicht sagen, weil ich noch nie angestellt gearbeitet hab. Also, alles Geld, was ich in meinem Leben verdient hab, war durch selbstständige Arbeit vom, keine Ahnung, Warteschlangen schleifen, schneiden, bis hin zu, keine Ahnung, ja, Videoproduktion oder mit 14 hab ich so für ein Fünfer YouTube-Intros animiert, so in Cinema 4D und After Effects. So, und deswegen war das für mich nie wirklich so eine Option, weil ich gemerkt hab, es geht auch anders. Aber hätt ich diese Erfahrung nicht, wär das bestimmt eine Option. Also, ich würd's für mich auch für mein Leben grad nicht ausschließen. Bei mir ist das immer so ein, so ein Ding, jetzt grade, ich saß 13 Jahre in der Schule und hab mir, hab immer das gemacht, was andere von mir wollten und ich fand's richtig schlimm. Also, ich hab mich da nicht wohl gefühlt und deswegen ist bei mir grad so das Ding, ich will einfach mal gucken, wie weit ich mit meinen Skills, die ich mir jetzt schon selber beigebracht hab, wie weit ich da komme. Ja, das ist ein guter Punkt, weil diese Schule bringt einen ja, sagt einem, was du zu lernen hast, ne. Und das ist ja ein Unterschied, ähm, was ich vorhin meinte mit den Studierenden. Ähm, da ist das plötzlich nicht mehr so. Da muss ich dann selber mir überlegen und selber motivieren, was ich jetzt lerne, wann ich lerne, wie oft ich lerne, um dann halt am Ende die Prüfung, klar, geben die auch die Themen vor. Ja, genau das ist der springende Punkt, glaub ich. Also, zumindest von meiner Sichtweise aus. Also, ähm, ich hatte ja auch kurz ein Studium jetzt angefangen und hab's sehr schnell abgebrochen, weil ich gemerkt hab, es war auch einfach kein Studiengang, der für mich interessant war. Ja, vielleicht wär's bei einem anderen anders so, ähm, aber ich hab gemerkt, ich kann da nicht so drin aufgehen. Also, einfach in der leeren Form auch. Ja, also, das wollte ich auch noch sagen, dass, ähm, was weiß ich, weil du mich vorhin fragst, das musst du ja studiert haben dafür. Wenn der das natürlich alles mitbringt, nicht. Das ist keine Voraussetzung, dass wir jetzt sagen, wie eine Behörde. Okay, gotcha. Du musst das und das, ähm, aber es ist für mich oft ein Indikator, dass... Dass die Leute, die Skills mitbringen, eher mitbringen als... Genau, eher mitbringen als nicht. Okay. Wenn der mir beweist, dass er es auch so mitbringt, dann musst du ja nicht studiert haben. Aber, ähm, äh, was ich, ich hab so oft diesen Satz gehört, das wurde mir nicht beigebracht oder so, ne? Oder wenn die, ähm, ach, was weiß ich, einen, äh, Auszubildenden eingestellt haben, Mediengestalter oder so, dann hab ich immer die Erwartung gehabt, die haben schon mal irgendwas gestaltet. Und dann kann man natürlich sagen, die sollen das ja erst beigebracht bekommen, aber wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, dann hab ich schon mal irgendwas gestaltet. Ja, auf jeden Fall. Und wenn's sowas ist wie eine Einladung für eine Party oder so. Ja. Irgendwas hab ich schon gemacht. Irgendwas hat man schon gemacht, na klar. Ja, aber das ist dann wieder dieses Thema, was auch grad super viel irgendwie beredet wird, hab ich das Gefühl, so, wie kriegt man als Unternehmer oder wie kriegen Unternehmen diese jungen Talente, also die Leute, die wirklich schon irgendwo richtig was gemacht haben und einfach leidenschaftlich dahinter stehen. Und dann gibt's immer diese Diskussion, ja, dann gucken wir rüber irgendwie in die USA in Silicon Valley und dann sehen wir da, die haben da Tischkicker stehen und eine Spiele-Ecke und sonst was. Und dann versuchen hier viele das irgendwie auf Krampf zu übernehmen. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg, weil also mir persönlich, ich würd mich schon eher zu diesen jungen Talenten einordnen, weil ich einfach sehr viel schon mir selbst beigebracht hab und beherrsche und einfach Dinge aus Leidenschaft mache. Und, ähm, mich, mir zeigt, dass er das Unternehmen so von der Arbeit ablenken will. Wenn ich da sehe, okay, da gibt's eine Playstation und was weiß ich nicht alles, das ist für mich eher ein Kontraargument dafür. Weil ich will doch gute Arbeitsbedingungen haben. Ich möchte, dass ich mich ausleben kann und Freiheiten hab beim Arbeiten, dass ich respektiert werde und ich Herausforderungen kriege. Das wär mir zum Beispiel wichtig. Ja, genau. Und das ist mir wichtiger, als dass ich eine Schale Obst oder einen Tischkicker irgendwo hab. Das seh ich genauso. Das ist ja auch genau, wie ich finde immer New Work falsch interpretiert wird. New Work ist irgendwie eine Obstschale, einen Kicker, Tischtennisplatte, Homeoffice und vielleicht noch einen Yoga-Kurs oder so. Aber eigentlich geht's um was ganz anderes. Es geht darum, dass, ähm, mit, die, dass Hierarchien aufgelöst werden und dass Mitarbeiter mehr Verantwortung bekommen. Ja, genau. Auch mehr sinnstiftende Sachen haben. Und die müssen sich selber organisieren. Also, ob das jetzt eine Gruppe ist oder der einzelne Mitarbeiter für sich, dass er auch vielleicht dadurch auch mehr entscheiden kann, wann er arbeitet. Ja. Hauptsache das Ziel ist da. Aber im Grunde geht's nicht darum, äh, was weiß ich, dass man von zu Hause arbeiten kann und CO2 einspart, sondern es geht eigentlich darum, ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und es gibt auch viele, die da sagen, Moment, das bin ich gar nicht, ne? Ja, na klar. Homeoffice gerne, aber eigentlich, äh, sollte die Motivation sein, wie du sie eigentlich gerade beschreibst. Du willst irgendwie was beisteuern. Man möchte in der Arbeit aufgehen. Genau, genau. Du möchtest zufrieden nach Hause gehen. Du möchtest irgendwie das Gefühl gehabt haben, was beigesteuert zu haben und nicht nur aus, ähm, äh, äh, ist ja auch immer einfach zu sagen, okay, mir wurde, wenn was schiefläuft, wurde mir so gesagt und umgekehrt, wenn du irgendwas, äh, äh, tolles gemacht hast oder eine tolle Idee hattest, ähm, hattest du dann, die Lorbeeren deinen Chef eingeheimt oder sowas, ne? Ja, na klar. Aber du möchtest ja, ähm, im Grunde Teil einer Produktion sein. Ja. Und das Sinn stiften wirst du. Ich hab da ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, was das, was, wie ich es damit mitgräbe, super gut macht. Und zwar frische Brisefilme, die sind in Köln, da ist, ähm, mein Kumpel Tim Kretschmer, der ist jetzt auch so in meinem Alter, wir sind jetzt gleichzeitig aus dem Abi raus, ähm, und der ist auch voll der Filmboy, so, der macht einfach viel Zeug. Und einer seiner ersten Sachen, die er da gemacht hat, war, dass er erster Kameraassistent, also der, der durch die Schärfe zieht, bei einem Aston Martin Commercial war. Und das ist eine super hohe Verantwortung. Der hat gesagt, äh, äh, es war für ihn so eine Überforderung und er hatte da richtig Schiss, so, dass er das verkackt und sonst wie, aber genau dadurch lernt man. Und das ist diese Verantwortung, wo ich sag, das sind Unternehmen, wo es für mich dann auch wieder spannend wäre. Wenn ich weiß, dass ich direkt was mache, was, wo ich für brenne, was ich vielleicht jetzt, wenn ich selber eine Agentur mache, nicht direkt machen kann, weil ich einfach an so große Kunden wie Aston Martin nicht rankomme. Also ich, also das ist, glaube ich, eher so ein, so ein, ja, so ein Punkt, wo, wo es darum geht. Ja, denke ich auch. Also jeder, der in unserer Branche arbeitet, möchte ja auch im Grunde so ein bisschen, ähm, etwas schaffen, wo andere Leute, äh, sagen, ey, das ist ja geil. Ja, genau. Wo Leute drauf, ach, drauf gucken. Genau. Und egal, wo sie es dann sehen, ne? Also ob das jetzt Social Media ist, so Fernsehen oder irgendwas, ey, das ist ja geil. Und, äh. Und auch, was Leute sehen. Nicht, dass du wieder irgendeine Ad machst, da dann Jahre reinhängst gefühlt und so viel Energie reinsteckst. Und dann, dann redest du mit deinen Freunden darüber und die werden es natürlich nicht gesehen haben, weil es irgendwo lief und, ne, nicht relevant war. Genau. Und, äh, und deswegen sollte ich ja auch eher sowas dann annehmen, dass ich sage, ey, ich hab die Motivation, ich möchte jetzt, und ich möchte ja auch in dem Apparat nicht sein, der quasi dann das Kabel gehalten hat, sondern, äh, oder Kaffee nachgefüllt hat oder so, sondern irgendwas dazu beigetragen hat, ne? Und, äh, und, ja, sehe ich auch so. Okay, ich glaube, das ist ein schönes Ende für die Folge. Jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde. Wir sind auch ein bisschen abgewichen von, äh, Content Marketing zu New Work. Ja, aber es ist auch ein super wichtiges Thema. Und, ähm, erst mal vielen Dank, dass du dabei warst und so viel spannenden, ja, Inhalt geliefert hast, so viel spannenden Content geliefert hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Ich bin ein bisschen verschnupft, euch, äh, bitte zu entschuldigen. Ja. Ach, es war doch super. Vielen Dank. Okay. Ja, danke. YouTube, kann man dich irgendwo noch erreichen, falls man jetzt irgendwie eine Frage an dich hat oder sonst wie? Was ist die Plattform deiner Wahl? Also, auf, äh, auf Zing oder LinkedIn kann man mich immer nicht immer erreichen. Okay, perfekt. Ich schreibe nicht immer gleich zurück. Ja, ja. Aber, ähm, ja, einfach hartnäckig sein. Okay, super. YouTube, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschö. 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 Tschö.